ja hallo meine sehr verehrten damen herrn mein name ist frank rollinger ich bin golf methodenentwickler methodenentwickler sind immer die quelle das also da schöpft man draus also gibt weltweit nach unserer bewertung wenn man golf methoden nach kernprinzipien unterscheidet nur zwei methodenentwickler es gibt unfassbar viele varianten die aber kernprinzipien nicht verletzen und heute mal zum thema golf fit für die zukunft wenn verbände und da gibt es unzählige verbände gehören auch ein paar golf anlagen dazu die fernsehrechte verkaufen können wie augusta wenn man golf nicht gesund macht wenn man also wenn man golf unstrukturiert ist so dass die leute nicht nachvollziehen können was waren wohin wie weit wie schnell welche reihenfolge mit welchem tempo sie sich in welche richtung sie sich bewegen sollen dann richtet man nicht nur gesundheitsschädlichen also schaden in der gesundheit von kindern und erwachsenen und topspielern an sondern dann richtet man unfassbar großen monetären schaden der golf anlagen jetzt hat mich jemand gefragt ja wir hatten das schon gemacht also das spielt überhaupt gar keine rolle wenn ich wissenschaftlich fakten habe repräsentative erhebungen und messungen ist immer das höchste wissenschaftliche die höchste wissenschaftliche qualität da gibt es dann ungefähr 1000 erhebungen dann ist es repräsentativ und wenn ich darauf verzichte schade ich halt meiner golf anlage direkt und sofort und jetzt hat ja auch einige verbände haben gesagt die golf anlagen müssen sich um ihre mitglieder selbst kümmern ja okay und deshalb bieten ja wir unser system an wirklich gesund strukturiert wir haben sogar das muss man sich mal vorstellen 5d neurokognition das ist nicht mal in der wissenschaft also bei psychologen angekommen dass man nicht nur 3d oder 4d neurokognition sondern wir setzen 5d neurokognition um und das ist also ganz einfach länge höhe breite dann tempo also zeit und dann natürlich antizipation und antizipation ist bewegungsverwegnahme also wir überlegen uns welche bewegung oder was für folgen hat die und die bewegung oder sage jetzt mal der und der griff also sind auch statische geschichten die dann in dynamische koordinaten umgewandelt werden ja und wenn man halt darauf verzichtet und jetzt habe ich wiederum gelesen dass 60 prozent der golf anlagen allein in deutschland australich schweiz schwer kämpfen um mitglieder die die golf anlagen werben sich ja die mitglieder voneinander ab das ist also dann der totale untergang dann haben wir eine brutal problematische situation wenn 55.000 golfer verschwinden wiederum vom golf und man weiß nicht wo warum wieso weshalb dann haben wir brutal problematische situation und für mich ist die problematischste masse auch die karteileichen die zahlen aber gar nicht kommen manche finden das gut ich sage ganz ehrlich das ist eine hochrisikogruppe betriebswirtschaftlich gesehen weil die von heute auf morgen bei bei irgendwelchem schnupfen oder sonstwas oder husten dann sind die weg also die sind mitglied auf status oder was aber in wirklichkeit brauchen sie ist nicht wenn sie da feststellen sie brauchen diese mitgliedschaft nicht sie zahlen dann nur dann sind die weg ja es kommt eine neue gruppe dazu überwiegend in amerika und da sind die leute die gar nicht golf spielen sondern die seit mal in so übungsanlagen gehen ich unterschätze das ein bisschen oder habe das unterschätzt aber auch das ist eine unfassbar große zielgruppe und das hat dann auch seine berechtigung also muss man auch sagen aber jetzt noch mal fit für die zukunft ist man als verband und als golf anlage nur wenn man valide belegt gesund golfen umsetzt wenn man valide belegt strukturiert golfen umsetzt und wenn man valide bewegt belegt den schnellsten land fortschritt den golfern vermitteln kann mit spaß und gesundheit und da sind wir halt diejenigen mit unserer core balance free release methode die sagen können dass wir sofort bei bei ab der ersten stunde die gesundheit des golfers fördern und die alte methode und das verstehen die leute das ist ja hat ja dieser professor riedmüller hat es ja dann gesagt erste wahrheit trifft auf zweite wahrheit die zweite wahrheit ist eine lüge oder unwahr und das sorgt für schlechtes image und schlechtes image sagen halt extrem viele leute und was ist denn extrem viel also extrem sind ungefähr 30 prozent der potenziellen golfer was sind potenzielle golfer das sind golfer menschen die seit mal über ein haushaltseinkommen von über 4500 euro verfügen für das klassische golf und dort richtet man den schaden also diese 30 prozent die jagt man eigentlich zu denen sagt man wir wollen euch nicht und das ist sehr problematisch in dem bereich wie zb top golf in usa ist es so da gilt eine andere einkommens höhe also da ist es so dass sei jetzt mal erreichen 500 dollar oder 750 dollar wocheneinkommen um im prinzip zu sagen okay ich probiere das mal so eine stunde und gibt da 40 oder 50 euro aus ich bin da nicht so der fan davon das sage ich ganz ehrlich also ich habe seit morgen meiner frau gesagt es gibt bereiche wo ich bin ich nicht 1000 prozent dahinter stehen kann dann tue ich mich da schwer das ist so ein bisschen nachteil von mir dass ich da nicht abschalten kann sondern ich muss mich mit dem was wir machen 100 prozent identifizieren also ich könnte jetzt zum beispiel nicht irgendwas verkaufen wo ich nicht 100 prozent dahinter stehen kann das ist nicht ganz einfach für mich also von der seite also diese gruppe von seit mal range golfer die in amerika vor allem solche anlagen gehen dort spielen aber auch hier ist es eine zielgruppe die ist denke ich mal nochmals größer wie die leute die über 4500 dollar im monat verdienen und das ist spannend ja also golf anlagen müssen sich fit für die zukunft machen und wie macht man sich fit für die zukunft wenn der eigene oder die eigenen verbände sagen hey du musst dich da selber darum kümmern wir machen es nicht für dich dann empfehle ich jeder golf anlage wählt oder lasst euch auf valide gesund golfen verifizieren und das geht halt nur mit core balance free release weil das ist weltweit die einzige methode die die hier sei jetzt mal mehrfach wissenschaftlich auch im deutschen ärztesverlag und im pubmed als gesund bewertet wurde dann was ganz wichtig ist die golfspunkbewegung muss räumlich nachvollziehbar sein also da geht man von räumlich bedeutet immer länge höhe breite und das muss definiert sein das ist bei uns definiert schriftlich und da gibt es aber drei individuelle koordinaten oder vier und deshalb ist am anfang immer ein face to face unterricht notwendig aber das ist ja genau das was auch dann positiv ist und wenn man das hat dann kann man das trainieren über 3d oder 5d motorisches training also die einzelnen teilbewegungen kann teil methodisch unterrichtet werden das gibt das alte system auch nicht her und das kann man dann teil methodisch üben und das ist extrem wichtig und dadurch kommt auch der schnelle lernfortschritt bei uns also wir haben schüler die haben man die haben mit golf schon sehr guten kontakt zeigt jetzt mal handicap 7 und dann haben sie schon am ersten tag kriegen wir die zum perfekten touch ich sage ganz ehrlich da bin ich super begeistert der perfekte touch was ist denn der perfekte touch der perfekte touch ist wenn ich wiederholbar meinen ball im sweet spot treffe ohne die witz rauszuhauen auch so ein wenn jemand die witz raus haut dann hat er nicht die höchste schläger kopfgeschwindigkeit am ball weil dann ist seine höchste schläger kopfgeschwindigkeit eigentlich im boden drin also wenn man den boden wegnimmt dann wäre die höchste schläger kopfgeschwindigkeit nachdem der golfer den ball getroffen hat und die ist bei uns halt etwas anders weil wir ja keine im balance haben weil wir direkt rotationen haben weil wir synchronisierte rotations achsen haben und wir machen keinen schleppschwung als wir schleppen den schläger nicht sondern wir treffen ihn im sweet spot also das ist der das ist absolute high end performance und dann wird auch mehr energie auf den ball übertragen und das ist ja das gute für die top spieler bis zu 15 bis zu 100 prozent wiederholbar können also wenn ich das jetzt so sehen es gibt es ja so ein paar statistiken driving accuracy greens and regulation selbst die top spieler haben greens and regulation glaube im schnitt von 60 prozent ja man gibt es manche turniere da ist es je nachdem wie groß die greens sind ist es ein bisschen besser aber die fehlerquote ist unfassbar hoch auch bei drei weniger krisen liegt sie ungefähr bei 50 prozent 55 prozent gute schläge oder 50 prozent fehlerquote und deshalb haben auch top spieler mit unserer methode einen unfassbaren vorteil jetzt haben wir gerade schreiben die selbst die verbände oder non profit organisation dass sie richtig stress haben weil sponsoren wegbrechen warum brechen sponsoren weg weil die natürlich sagen wenn die firma naik und die firma adidas jetzt sagt tschüss golf dann müssen wir uns ja die frage stellen hallo warum machen die das und das hat ja der riedmüller professor riedmüller erarbeitet golf erzeugt ein schlechtes image welches unternehmen egal ob dekra porsche mercedes bmw will will schlechtes image einkaufen also schlechtes image bedeutet geringere verkäufe das muss man sich ja mal die frage stellen und genauso ist das bei golf anlagen wenn golf anlagen pathologisches golf anbieten das verheimlichen hat letztes einer dabei stuttgart zu mir gesagt ja frank das muss man das darf man den leuten nicht sagen nein die leute sind klug jeder mensch ist wertvoll man muss ehrlich mit den menschen umgehen wenn man also den leuten pathologisches unstruktur das nicht nachvollziehbares golf verkauft dann hat man ein mega problem als meinen bewegt man sich rechtlich auf einer dünnen einschicht und zum anderen ist es unethisch unmoralisch und es ist betrug ja ich habe jetzt wiederum von einem milliardär gehört er würde nicht mit betrügern zusammenarbeiten und ist hat es auch vom bis vor dem bgh ausgefochten also unsere methode ist legal weil wir unsere methode als gesund bewertet wurde die alte methode ist nicht legal also jetzt muss man sich dann kann sich jeder dann selber die frage stellen was ist betrug was ist nicht betrug ich sage pathologische biomechanik ist betrug egal wie lang dass man das gemacht hat jetzt gibt es halt 600 wissenschaftliche fachbäber und da steht es halt eindeutig drin die 400 prozentual x methode ist halt pathologisch und wenn jetzt eine golf anlage nicht bereit ist sich fit für die zukunft zu machen dann geht sie halt dann braucht sie einen sponsor und der sponsor das sind ja keine dummen leute der sagt halt junge du bringst keine leistung also deshalb golf anlagen help help yourself lasst euch zertifizieren macht euer lokales marketing sagt achtung wir haben jetzt neue methode wir sind der gesunde club und lügt die leute nicht an lügen haben kurze beine die leute verstehen das ihr müsst gesundheit belegen können in dem sinne wünsche ich euch einen wunderschönen was haben wir heute mit donnerstag und ein bisschen regnerisch heute leider aber dann hat man zeit um videos anzuschauen mein name ist frank trollinger ich bin golf mit hohen entwickler wir zertifizieren golf anlagen übernächste woche haben wir die achtzigste golf ärzte fortbildung also das ist für mich sensationell weil die ärzte verstehen sofort was wie gelenke funktionieren supinationen valgus varus da muss ich also die witz raushauen ist vollkommen schädlich also ist nicht gut und das sieht man ja auch an den handgelenksbrüchen wir bilden physiotherapeuten aus zum golfsicoach golflehrer habe ich jetzt heute in die diskussion mit einem gehabt heute morgen er macht eine ausbildung bei ggtf und gibt es ja noch andere veranstalter also das maximum ist glaube drei jahre ausbilder bei uns da wird die ausbildung zum golflehrer vier tage ja da gibt es dann aufbau ausbildungen aber wie kommen wir auf vier tage also ich bin ja landesausbilder im deutschen skiverband gewesen da haben die ausbildungen mit prüfung drei tage gesagt auch die umstellung vom rennpflug zur carving technik drei tage ohne prüfung jetzt bei uns muss man natürlich schon dann die core balance release methode umsetzen können muss ich ein bisschen vorbereiten aber schafft jeder weil strukturiert ist ja viel einfacher also wir bilden in vier tagen golf biomechanik und super performance pros aus und da gibt es dann unterschiedliche aufbaukurse noch level a b c da beginnt man halt mit c aber dann ist man golflehrer weil golflehrer lehren ist didaktik und natürlich ist dann die frage was für eine methode setzt sich an und die methode wenn ich lehrer bin sollte immer gesund sein also spannend ja was bilden wir noch aus athletik trainer bei uns macht man ein ganz minimalistisches athletik training minimalistisch in anführungszeichen also kraft machen wir ganz ganz wenig wir denen viel also muskelverlängerung vor allem von der hinteren rücken linie wenig kraft also wir trainieren jetzt zum beispiel nicht so arg den bizeps vielleicht maximal einsatz einmal in der woche als muskelerinnerung aber wir trainieren die muskeln die wir brauchen wir trainieren zum beispiel athletic training den drehabstoß gibt es bei allen methodikern nicht da da sprechen wir ja sehr oft von passiver beinarbeit also wo die große kraft der muskeln gar nicht da zum tragen kommen was bilden wir noch aus ergotherapeuten finde ich sensationell ergotherapeuten passt auch bei den physiotherapeuten dazu wir bilden vorstände aus zum golf gesundheitsexperten golf gesundheitsambassador also wir machen einiges und sind da auch sehr sehr glücklich und auch yogalehrer finde ich auch gut ja da machen wir keine übungen sondern da geht es darum dass der yogalehrer versteht was ist pathologisch in der biomechanik was ist strukturiert was ist nicht strukturiert was ist gesund also von der seite aus nette ausbildungsrichtung so jetzt ist aber gut schreckliches wetter heute aber man muss ja hat man zeit um videos anzuschauen ich grüße euch auf das herzlichste macht euch fit für die zukunft als golf anlage geschäftsführer vorstände seid klüger also management methoden sind nicht so kompliziert management methoden bedeutet was kann ich morgen besser machen das ist eine management methode so arbeiten betriebswirtschaftler so arbeiten ingenieure warum arbeiten goldvorstände so nicht das ist doch kein hexenwerk in dem sinne nimmt euer schicksal selbst in die hand lasst euch zu gesund golfen und zu strukturiert golfen mit dem schnellsten lernfortschritt zertifizieren wir unterrichten in der golf biomechanik akademie mein name ist frank rollinger